Wird die Bahn tatsächlich wie gewohnt weiterfahren? Ein zu niedriger Wasserstand? Was heißt das für den Betrieb? Ja, wir sollen evakuieren. Hallo! Was ist denn los hier? Liebe Gäste, leider können wir den Betrieb heute nicht mehr weiterführen. Da bitten wir Sie, jetzt das Fahrgeschäft zu verlassen. Meine Damen und Herren, wir haben eine technische Störung. Die Lage ist ganz gut, also wir hatten gerade eine Sicherheitsabschaltung, weil ein Sensor nicht richtig gescheitert hat. Und für mich ist eine kurze Pause drin.